Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, knapp 7.000 Beschäftigte in den Bezirken scheiden allein bis 2018 aus. Das ist ein Drittel. 50 Prozent aller Führungskräfte gehen planmäßig in den Ruhestand. Qualifiziertes Personal wird knapp und der Fachkräftemangel, über den wir ja immer mal so reden, betrifft auch den öffentlichen Dienst und hier auch immer mehr Bereiche. Sozialarbeiterinnen, Bau- und Vermessungsingenieure von Amtsärzten oder begutachtenden Ärzten mal ganz zu schweigen, sind jetzt schon schwer am Markt zu finden. Und, auch das will ich in die Debatte einbringen, die Leistungs- und Serviceanforderungen an den öffentlichen Dienst steigen. Schauen wir uns an, was die Gesellschaft zu Recht für eine hohe und qualifizierte Anforderung stellt an die Bearbeitung des Themas Kinderschutz. Gleichzeitig haben die Bezirke in den Jahren 1998 bis 2008 den größeren Anteil am Personalabbau im Vergleich zur Hauptverwaltung erbracht. Und jetzt, durch die neue Situation, drängen auch die Beschäftigten des EZEPS darauf eine echte, in Anführungszeichen, Stelle zu bekommen, um wirklich motivierend auch eingesetzt zu werden. Applaus Gleichzeitig ist es so, dass die Unternehmen und Institutionen, die ja um gute Arbeitskräfte mit dem öffentlichen Dienst konkurrieren, deutlich aufholen, was die Bezahlung, was die Frauenförderung, was Aufstiegsmöglichkeiten, Flexibilität von Arbeitszeit und Vereinbarkeit betrifft. Das alles sind gravierende Veränderungen, die ich finde, die wir mit zu betrachten haben, wenn es um die Personalentwicklung des Landes Berlin geht. Aber wir stellen fest, dass genau dieser Punkt, der dringend notwendig wäre, nämlich eine wirkliche Personalentwicklung, die ihren Namen verdient, nicht prioritär behandelt wird. Und die Personalabbauvorgaben für einige Bezirke auch Konditionen für Neueinstellungen sind doch irritierend und teilweise auch erpresserisch. Ich will das durchaus an ein paar Beispielen unterlegen. Die Bezirke Marzahn und Lichtenberg, die nach der Kosten- und Leistungsrechnung zu den effektivsten am effektivsten wirtschaftenden Bezirken gehören, sollen Personal abbauen. Der Bezirk Treptow-Köpenick, der dreimal so viel Fläche hat wie der Durchschnitt und demzufolge auch dreimal so viele Bauanträge zu bearbeiten hat, soll Personal abbauen. Der Bezirk Mitte sieht sich gezwungen, das gesamte Personal bzw. die Stellen für das gesamte Personal, das in dieser Legislaturperiode ausscheidet, wegfallen zu lassen. Das ist natürlich nicht verantwortbar, weil es nach dem Zufallsprinzip und auch quantitativ so nicht zu realisieren ist. Und auch die Bezirke, die einstellen können, geraten jetzt in eine Konfliktsituation zu den Bezirken, die Personal abbauen müssen, weil sie werben um Fachkräfte. Um nicht zu sagen, sie werben Fachkräfte und Führungskräfte ab mit dem klaren Versprechen, ihre Arbeit mit hohen Qualitätsanforderungen auch zu besseren Konditionen, beispielsweise nur mit 50 Prozent von Fällen pro Monat zu bearbeiten. Auch das ist eine unverantwortliche Situation für die Frage Leistungsfähigkeit eines öffentlichen Dienstes, den man nicht nur sicherstellen, sondern auch ausbauen muss. Darf ich Sie kurz unterbrechen, Frau Blum? Ich würde darum bitten, dass die Gespräche am Rande bitte eingestellt oder nach draußen verlagert werden. Und die Fraktion Die Linke beantragt die Zitierung des zuständigen Senators für Finanzen. Also mir würde es schon reichen, wenn wir diese Debatte im Hauptausschuss führen können, weil im Moment steht ja ein Darfzu nicht mal die Bereitschaft dieses Problems umfassend. Nein, ich habe nichts dagegen, dass die Kollegen sich an dieser Debatte beteiligen. Ich fände es aber auch schön, wenn der Hauptausschuss seine Bereitschaft erklären würde, über dieses Thema weiter zu reden, weil momentan ist das ja nicht der Fall. Und ich würde Sie einfach mal bitten, aktuell die Situation in den Jugendämtern vieler Bezirke, auch in Landesämtern, aber darüber reden wir ja heute nicht anzuschauen. Wir haben eine unglaublich verdichtete Arbeitssituation, wir haben einen Krankenstand von bis zu 30 Prozent in bürgernahen Bereichen und wir fordern zu Recht Qualität in diesen Bereichen ein, schauen aber aus meiner Sicht nicht ausreichend, ob diese Qualität auch zu erbringen ist. Und jetzt werden Sie ja in Ihren Redebeiträgen wieder sagen, nein, die Situation ist ja völlig anders, die Bezirke können ja sogar einstellen. Ja, es stimmt, drei Bezirke haben die Chance, momentan neu einzustellen, aber auch die werden feststellen, dass Sie das Personal nicht finden, das Sie suchen, weil nach dem neuen Tarifrecht Menschen, die schon lange woanders gearbeitet haben und Erfahrungen mitbringen, als Berufsneulinge behandelt werden und weil natürlich auch die Z-Beschäftigten ihr Recht einklagen. Deshalb glaube ich, so kann man mit dieser Situation nicht umgehen. Ich bin sehr verwundert, dass Sie als Reaktion auf diese umfassende Darstellung eines Problems, dem Sie nicht entgehen können, weil wenn Sie so weitermachen, werden Sie am Ende der Legislaturperiode bei deutlich unter 20.000 Beschäftigten für die Bezirke ankommen und Sie werden sehr, sehr viele unbesetzte Stellen haben. Sie können sich dann natürlich über den Spareffekt freuen, aber es gibt dann keinen leistungsfähigen öffentlichen Dienst mehr, den Sie gleichermaßen einfordern. Machen Sie es zur Priorität, aber vor allem zeigen Sie erst einmal die Bereitschaft, weiter über dieses Thema im Hauptausschuss zu diskutieren. Sie haben ja heute, das ist der Stand der Dinge, gesagt, Sie wollen eine Sofortabstimmung, weil darüber ist genug geredet. Die Bezirke sollen das Personal abbauen. Schluss und fertig. Ja, sagte ich ja schon. Und deshalb wollen wir auch eine namentliche Abstimmung, weil das ja die einzige Möglichkeit ist, Sie noch einmal zu einem Bekenntnis zu zwingen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.